Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Play Minecraft. Erstmal schön ins Ohr schmatzen, ja. Jetzt habe ich wieder was gemacht. Gehen der Schneekönig in den... Oh Enderbau, was ist das denn? Ich kann damit nix machen, ich kann damit nix machen. Geht nicht, geht nicht, ich kann damit nix machen. Keine Bögen Kevin. Warum kann ich mit dem Bogen dann schießen? Achso, weil das ein Cheatbogen ist. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Was weiß ich? Keine Ahnung, ich weiß doch nicht alles. Hä? Müssen wir nicht in die anderen tun da drüben? Ja, eigentlich müssen wir irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwie schon... Wir sind grad von hier drüben. Hä, wir sind von hier gekommen, aber hä? Oh, hier ist schon wieder so ein Eisvieh. Ja, wo... Yo! Ja, man muss Feuer mit Feuer... äh, Geist mit Feuer besiegen. Ja, ich weiß nicht. Was glaubst du, warum er in Zelda... ...den Feuerpfeil... ...den Eislabyrinth bekommt? Ja, ja, von Zelda lernst du das Leben, mein Freund, ich sag's dir. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Ja, dann spiel dich mal Zelda, dann weißt du auch, wie es lang geht. Ja, das mach ich ja alles. Ja, dann mach dich mal. Dauerbogen! Alles mit Pfeilen zu spammen, dass es noch mehr laggt, als es eh schon tut. Halt! Müssen wir denn jetzt? Ich kapier das nicht. Das weiß ich, ich lauf hier grad doch schon drum. So, wir sind jetzt wieder zurück. Ja, ich lauf grad zurück. Feuer! Halt dein Maul. Hä, war ein bisschen hier hin? Ja, was weiß ich, wie man hier reinläuft in die Eisfestung. Wir sind grad den Turm hier hoch. Jetzt haben wir nach rechts und waren links. Wir sind jetzt grad da links. Hier oben waren wir. Ja, genau, hier waren wir. Hier. Da ging es ja nicht mehr höher. Ja, und die ist da drin. In dem, glaub ich. In dem blauen hier? Ja, mir scheint so. Ja, das ist das größte. Ja, ich glaub der ist da so. Dann müssen wir doch von dem da unten. Irgendwie nach rechts oder nach links? Na gut, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob es da einen Weg gibt. Es muss ja einen Weg geben. Das wäre Sinn, wenn es keinen gibt. Dann würde der ganze Twilight Forest ja keinen Sinn ergeben. So ein Fischentür, ne? Marcel müsste sein PC verkaufen. Ja, warum muss man mit Luft verkaufen? Dann rennen wir mal. Es geht halt! Ja klar! Warum ist hier so viel? Weiß ich nicht. Warum ist hier so viel Glas? Ähm, hier, ich seh grad hier ist ein Weg. Ja, so meinst du halt den Weg gefunden? Ja hier, da ist aber ne Treppe davor. So, ich weiß nicht, ob wir da lang gehen. Guck, Scherben bringt Glück. Ja, ich glaub das ist doch gut. Warte, da ist noch ne Kiste? Du hast aber nicht so. Die Rüstungen machen mir Angst. gänsehaut feeling nicht so gänsehaut feeling schreit doch nicht so ich verstehe ich nicht ich habe keinen bock da jetzt wieder normal hoch zu klettern ist nicht aber so lange sieht man auch das normale aber ich mache nichts schwert das kann ich auch noch ausstellen wieso springt er da nicht jetzt siehst du genau deswegen habe ich keinen bock da aufzuklettern und so ein fliegen ich habe nicht was in die hell ist doch nichts und springt davon wir klettern den turm empor meine freunde meine freunde keiner von euch hat eine chance und ich bin ein gott das glaubt wieso explodieren die denn überhaupt ich bin nicht nur gott ich bin super seierend in der ganz krassen realität du bist du also ich bin jetzt schon höher gekommen ja du bist gar nicht mal so weit weg das ist doch mal was hier das kaputt machen ich denke mal man geht dann hier also man geht dann ein von den beiden wegen mal hier hoch und dann baut man sich dann hier einfach den weg nach oben baut sich dann einfach so ein ich glaube wir kommen der sache langsam näher ich sehe close down und ich sehe einen spawner wie bist du da jetzt hochgeflogen oder was ja ich habe da keinen bock jetzt drauf man das macht doch keinen sinn dann ja weißt du wie du hochkommst ja ich brauche mich jetzt hier hoch und zu fliegen ach ach ich muss ja nachgas bauen da oben sie ist da runtergefallen ach du oh was denn kälte tot kälte tot das ist es so also komm hoch warte mal okay kann man ja warte mal wir machen die mit mir nicht so stark ach wir müssen die wieder abschießen die schießen dann bestimmt wieder irgendwas ja macht doch alles kaputt ja hallo was ist das die macht doch alles kaputt wieso schieße ich jetzt nix du kannst du nicht werfen oder doch ich hab sie doch gerade getroffen ach du kannst nur oben wie für das ach oben oder wo ist sie denn es leckt gerade irgendwie ich pack dir die torte rum dezent wo ist sie denn jetzt ist sie jetzt oben oder unten was ist hier los schau auf lass mich in ruhe die radies sind pflücken geh eis holen aua 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 nicht so unterschämt man die hat wohl ihre tage ey wir sollen die scheiße hey hier ist geist ich hab mein inventar voller scheißdreck von eis ne schnee ich auch snow queen coffee du hast sie bekommen ja obwohl ich den magnet dran hatte naja irgendwie schon kein wunder wenn ich mein inventar voller dreck hab wenn es die jetzt wenn es die jetzt gäbe kriegst du es nicht ne doch du hast ah meins ja ja warum ich hab sie besiegt ja gut hast du sie besiegt ja von mir aus kannst du sie haben ich kann mir ja die Trophen jederzeit wiederholen ja gib da ich hab ja mehr Zeit wie du das stimmt wenn ich jetzt hinstelle kann ich sie wieder abbauen ne ich will mich mal hier hinstellen mal gucken wie die aussieht der Kopf auch noch wir haben einfach den Kopf abgeschlagen und fertig ah jetzt haben wir den Litch King willst du das hier haben Naga und den Naga Litch King dann kam die Hydra dann die Urgas und die Snow Queen oder da noch alle naja jetzt kommt irgendwas mit einer Lampe I wish for more burning oh das wollte ich jetzt nicht wegschmeigern find the lamp of Ken kinders in the troll caves and you can burn away the dawn barriers ach so jetzt müssen wir in das Dornenland wo wir ganz am Anfang waren Marcel wo wir immer starten Ahhhh willst du das hier haben? nein also sind es jetzt eigentlich nur 3 Diener ne dann haben wir dann müsste es das gewesen sein ja dann bauen wir uns einfach hier durch die Wand oh ich hab nen Bogen bekommen nice noch mehr Sachen die ich ausstellen kann in meiner Hall of jetzt fick doch nicht zwischen meinen Bauben ahhhhh als ob du dir das schon wieder zu Stress machen müsstest dauert doch so ewig komm raus warum lässt du mich das dann nicht machen? bei mir dauert das eine Millisekunde wenn du das dann nicht machst? ja so wo müssen wir jetzt hin? hm ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wahrscheinlich ins Dornenland ich hab schon meine Karte nicht ich hab schon meine Karte nicht was war das? Map 2 ne? das Blöde ist bei mir sind alle Wegpunkte weg das liegt an deiner Map würde ich sagen wir müssen jetzt nach Süden wir müssen ganz unten rechts hin ah ich wollte dir einfach mal so hin ich hab schon mal so hin ich hab schon mal so hin ja ich hab schon mal so hin ja ok ich seh die Schranse weiter fliegen über höhe 174 da oben bist du hier sich ja hoch wir sind gleich da ich habe aber ein problem kein holz hier unten ist es schon hier ist das schaf wollte ich dir noch mal zeigen dem musst du alle wolle geben dann kriegst du dieses komische horn da alles alle wollen wir alle wolle farben musst du dem geben außer weiß das kriegst du an dieses horn also dieses achievement ganz am anfang dieses consummate bars gifte questram what it is missing ich habe also wenn wir jetzt seit den twilight forest fertig haben habe ich alle errungenschaften auch die hier ja auch die hier wo wo du willst du hin oder einfach weiter geradeaus oder manchmal hin wie war das noch mal j j j a j j jetzt regnet ja schon mal immerhin nicht mehr Einfach weiter nach Süden. Was ist denn hier? So, hier sind Bedornen, da, okay. Hier liegt ein, äh, Wolken, Wonnemeer, was weiß ich, was ist das denn? Wispi Cloud. Ui, hier ist ja alles riesig. Hier ist es im Land der Riesen. Hä, wo bist du? Hier oben. Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Das ist dein, 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 äh, dein, ähm, ne? Ja, hier läuft mein Charakter oben. Ja, das, für mich bin ich das. Coole Sache. Hatte ich aber schon, das hatte ich aber schon. Ich muss mich selbst erschießen. Ja, erschieß ich selber. Also, du erschießt gerade mich, aber okay. Wie viel Leben habe ich denn? Genug. Das wäre eigentlich. Ach, okay. Ja, ich habe ein Riesenschwert. Hinter die, hinter die, hinter die, hinter die, nö. da müssen wir jetzt rein das ist erst mal später oder ja wenn du auf die karte guckst dann sind dann sind ja um das ding herum also in der mitte ist ja wieder das große symbol und drumherum sind ja wieder drei dinger also das ist genau wie bei bei der hydra und beim urgas also gerade eben also um dem um den haupt dingsbums herum sind wieder vier nebendingsbums müssen wir hier unten irgendwas machen aber was ich hab jetzt nicht so ganz verstanden was ja wir müssen irgendeine lampe finden die dann unsere weg brennt ja weiß ich nicht wir müssen da wahrscheinlich irgendwas machen aber hier sind nur slimes hier ist eine blöde musste slimes töten jetzt wieder raus ist es nicht hier dieses scheuen dings nein es ist nicht damit gemeint das könnte sein ja aber dann habe ich vorher schon kaputt gemacht wie steht da einer ich weiß nicht wenn du willst kannst du ja mal ach hier guck mal trollstein wo ist das hier unten in der höhle komm ich hier runter was kann man daraus machen verwenden nicht vollstein ja nichts kann man daraus machen gar nichts aber es hat ja geheißen hier wir müssen irgendwie in eine troll cave oder sowas ich guck noch mal nach schrück mal auf optionen wieso auch immer ja passiert mir bei der forest find the lamp of kinders in the troll caves and you can burn evade the tone barriers also wir müssen jetzt in der troll cave also trollhöhle und dann die lampe von kinders aber wo ist da die ist irgendwo ganz unten bestimmt oh hier sind trolle одного einen fressel so groß ich seh das nicht ich bin schon unten oh ja hier ist ordentlich was los ja ne und jetzt jetzt töten die erstmal alle würde ich sagen alles gewohnt wir sind eigentlich zu overpowered Maschinen gewährt verdammt verdammt s scenic wesbach die nah Penn klasse was dann passiert oder wie groß das hier unten es oder oder sind diamanten ist ja nicht so dass ich schon so keine ahnung 10 millionen habe dann dauert das hier ein obsidian da abzubauen bitte ich weiß es nicht kann man das überhaupt abbauen kannst du das mal abbauen wenn du da bist du dann ne ich kann es auch nicht abbauen doch warte warte mach nochmal da ist ein abbauen die wir jetzt gehauen ja aber oben im ding steht nichts drin dass ich es abbaue ne dann kann sie es nicht ich kann nur mal dickmultiplier auf dem maximum machen aber so wie es aussieht ne dann lass ich es mit ist da nicht viel zu holen so wo geht es weiter ist ne gute frage wo es weiter geht hier drüben sind pilze hier ist noch mal doch eine höhenfolge die ja vor der aufnahme gesagt haben wir gehen in die höhe da habe ich das komisch der trolle der trolle und den man ja aber irgendwie war ich nicht so wirklich schlau draus wo das hier sein soll das ist nämlich ein normales obsidian ja hier ist es hier ist eine kiste ja das große obsidian können wir ja nicht kaputt machen aber da ist auch was drin das können wir ja nicht kaputt machen die großen obsidian dinger ne wenn ich es nicht kaputt kriege mit dem ding hier dann kriegt es keiner kaputt ne vorne waren wir drin ne ja das war das magic beans oh cool ich habe magic beans bekommen boah aber prinzipiell habe ich zu viel scheißdreck dabei die kiste bitte 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 ja ich habe noch einen hut gefunden der freut sich über den hut ich dachte da ist eine kiste wo was drin ist wie war das nochmal? aha ja na schissen ey mach ich nicht mehr so was ist da ach ne die musik ernsthaft ernsthaft jetzt ey wir haben gerade noch hochzeit Kevin, wusstest du das? wieder magic beans, kartoffeln die hochzeit zwischen äh was mensch und dinosaurier oder was? nein zwischen äh schwert und und äh äh gegner oder wie auch immer ich kill ja alles was nicht alles was sich bewegt ja so muss es sein ne muss man hier passieren hat einfach die Pilze sind hier kaputt gegangen kann doch nicht sein ja schmeiß mal ein paar sachen weg die ich brauche also die hier können wir da rein so federn behalte ich mal weil federn weiß man nie wann man mal gebrauchen kann ne aber ich weiß jetzt halt wirklich nicht wo man danach suchen soll magic beans was kann man damit machen wahrscheinlich einpflanzen oder so ah das kann man noch behalten giant obsidian das ist noch so ein kasten das kriegt man halt echt nicht kaputt ne das zeug obwohl da steht dass es abbaubar ist aber ja irgendwie nicht so ne ey jetzt lasst mich doch mal in ruhe da dieser fach kann nicht sein ja hier ist nix wo kommen die denn her das waren die einfach neben mir ist doch krank das normal zu spielen zur not muss Marcel müssen wir gleich mal also wir sind schon bei 24 minuten Marcel ja wir machen jetzt eine nächste folge und ja und dann da zwischendurch gucken wir mal so ein bisschen im internet nach wo denn die scheiße hier versteckt sein soll weil ich glaube nicht dass wir den anderen da denke ich auch aber bis jetzt mal nix gefunden ja gut dann ja du mal du dich verabschieden das ist alles egal ja keine Ahnung warte wird ich muss mich grad mal hier so ein bisschen hier geht's raus warte eh ah nee hier haben wir schon geguckt ja gut ich stelle mich dann mal hier oben hin und dann ja mach ich halt mal verabschiedung ja dann sag ich tschau bis zum nächsten mal wenn wir dann wissen wo wir dieses dings finden ja dankeschön ja tschüss